Yo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem, The Sacred Stones. Ja, wir sind in Vordrickwall und müssen uns gucken, dass wir uns gegen die ganzen Freunde hier zuwehr setzen, was natürlich ein bisschen krass ist, könnte man so sagen. Die kommen da auch schon hin, alles klar, aber was soll ich vor denen Angst haben hier? Okay, also dieses Feld hier. Ja, ich würde tatsächlich sagen, Kyle, du bist kurz vor dem Level ab, deswegen darfst du dich mal mit denen kümmern, ne? Ja, du hast ja nur ein Eisenschwert, du kommst da gar nicht hin, du auch nicht, joa. Ja, ich denke, das wäre eine gute Idee und den Bogenschützen werde ich ja wohl auch noch hier wegkriegen, also da bin ich mir ziemlich sicher hier, alles klar. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, würde ich sagen, weil wer weiß, was der Gute mit der guten Tana macht, das wäre ja nicht so gut. So, ja, wie gesagt, Kyle ist kurz, oh, du auch. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir das mal Ephraim machen, den Kill. Ja, dann würde ich sagen, darf das mal Ephraim machen mit seiner Eisenlanze. Ja, das ist ja ziemlich easy, würde ich mal sagen, der Kill. Der ist ja mal ziemlich easy. Easy, 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 easy. Ja, und da kann ich auch mit Leben in diesem Level ab, das ist schön. Also Ephraim ist natürlich eine, einer, die sehr krass levelt, das ist ja klar. Ist ja klar, ne? Ja, das ist klar. So, irgendwer muss aber schon noch, okay, Gilly, dann kann ich Natascha auch ihr Level abgeben. Dann kann ich Natascha auch endlich ihr Level, kann Natascha auch ihr Level abbekommen. Für den einen Erfahrung, für den einen KP-Punkt, kriegt sie ihren Erfahrungspunkt. Oder ihre zwei, besser gesagt, die sie braucht für ihr Level ab. Level 9. Ja, gut. Ist okay. Ist jetzt nicht der Mega-Wahnsinn, aber... Ist okay. Kannst du mal eine Langspern nehmen. Ja, und die anderen geht noch weiter, so weit wie es geht. So weit wie es geht. Geh jetzt mal da hin. So, und natürlich, ich frag mich immer dann so, hä, warum geht es nicht weiter? Weil natürlich die gute Tana noch ist, aber die kann ich ja nicht, mit der kann ich ja nichts machen. Mit 88. Der wäre eigentlich jetzt tot gewesen, aber nein. Keil, äh, ja. Ähm, ja. Ah, sowas finde ich cool. Das finde ich cool. Naja, aber jetzt macht der jetzt schon gar keinen Schaden. Mit 88, erweicht er dem aus. Also, das... Oh, da werde ich echt... Das sind echt die Momente, wo ich mir nur so denke, warum? Warum? Naja, gut. Naja, und das nächste nochmal... Oh, jetzt machst du ja die Joshua mit 25. Ich glaube, man kann so einen Schlafstab nur dreimal einsetzen. Von daher... Und wieder ausgewichen. Tja, da musst du ein bisschen Zielen üben, mein Freund, mit deinem blöden Schlafstab. Aber gut, das war es halt, wie gesagt. Nur dreimal kann man die Dinge einsetzen. So, dann darfst du mal das zeitliche segnen. Der kleine Soldatchen, der darf da dein Ende erleben. So, ähm... Vielleicht kriege ich das hin. Vielleicht kriege ich das hin. Hm, perfekt. Perfekt. Das würde ich sagen mal perfekt. Genauso wollte ich das. Damit kriege ich Colm auch sein Level ab. Level 11. Oh, ja, ja. Ja, ja. Kann man was anfangen mit. So, der kommt noch nicht hin. Alles klar, aber du würdest da hinkommen. Alles klar. Was hast du denn? Du hast ein... Oh, ein Panzerspeer. Ah ja, das war der Typ mit dem Panzerspeer. Hm... Vielleicht kriegen wir das ja so hin. Ähm... Ja, du würdest ihn schon killen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann machen wir das so. Dann kann die gute Vanessa den Freund erledigen. Und ja. Wobei, ich muss da nur gucken hier. Warte mal, wie viel kann ich dich bewegen? Du kannst dich, äh... Vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Also kann ich mich hier mit einem, mit einem, äh... Mit einer Javelance, wie man sie auf Englisch nennt. Warum weiß ich einen langspenden englischen Namen? Keine Ahnung. Weil ich so das ein oder andere Mal in Englisch geschaut habe. Feier im Leben. Aber gut. Das nur so nebenbei. Gut. Äh... Joa. Du könntest da noch hinkommen. Dann würde ich, wie gesagt, sagen... Franz, du darfst ihn dann mit dem Langsperr besiegen. Sehr schön. Und ich würde sagen, der Ritter, das wird gleich, äh... Ross machen, würde ich sagen. Joa. Das dürfte wahrscheinlich Ross machen. Aber ich muss gleich gucken. Aber wenn ich die Tür aufmache, darf ich mich natürlich mal wieder nicht in die Reichweite von Amelia stellen. Und im Übrigen, da wir hier nicht Eureka haben, können wir auch nur die gute Amelia... Ja, von mir aus. Äh... Die gute Amelia mit, äh... Franz rekrutieren. Oder in unser Team bringen. Geht denn nur mit der guten, äh... Mit dem guten Franz. So. Du kannst nochmal da hingehen und du gehst da in die Lücke rein. Genau. Sehr gut. So, was passiert hier? Es passiert gar nichts. Okay. Dann werde ich mich natürlich erstmal bereithalten für den Angriff. Das ist ja klar. So, dann kannst du ja mal mit deinem... Soll ich den angreifen lassen? Oder... Ja, ja, komm. Dann darfst du dich angreifen lassen. Aber vor dem Rittertod habe ich hier keine Angst. Zumindest nicht mit ihm. So, die Tür machst du noch definitiv noch nicht auf. Dafür werde ich schon sorgen, dass du die Tür noch nicht öffnest. So, also ich darf mich auch hier hinstellen. Ja. Ja, ja, ja. Also ich denke, dass... Na, wir gucken mal. Also ich denke, dass die erste Welle haben wir jetzt erstmal schon mal hier überstanden aus diesem Kampf. Die Frage ist, wie es hier weitergehen wird. So, wie gesagt, ich habe vor deinem Rittertod... Uiuiui. Auch wenn er 4... 23... Ne, 8 Schaden machen würde. Aber, naja. Passt ja doch. Wobei, ich muss ja jetzt erstmal nochmal gucken hier. Weil da war ja dieser komische Langbogentyp. Und wie gesagt, der würde mir ja ein schönes Feuerjuwelchen geben. Was ich ja doch ganz gerne hätte. So, dann was haben die Freunde denn hier? Stahlanze und Langsperr. Ja, und ihr... Beides mal ein Stahlschwert. Was mache ich denn da am besten? Am besten wären die Lanze... Meine Lanzenfreunde. Ja, am besten wären die, die die Lanze haben können. Dann würde ich sagen, ich warte doch nochmal eine Runde. Weil dann würde ich diejenigen... Also die zwei hier wahrscheinlich vormachen. Weil, wie gesagt, die können auch da runterkommen. Und das will ich dann nicht. Das will ich dann nicht. Deswegen, wer hat Verteidigung von euch? Du hast neun und du hast zwölf. Okay, dann werden Kyle und Gilliam das Abfangkommando erstmal stellen. Wobei ich natürlich gucken muss hier. Der kann mich natürlich auch schon treffen. Werde ich nämlich hier erstmal mein Abfangkommando sein. Dass die mich nicht da ganz so treffen können. Na gut, der Langbogentyp, der würde mich treffen. Aber die restlichen dann erstmal nicht. Ne, okay. Gut, das mache ich auch, wie gesagt, in der nächsten Runde. Das mache ich dann erstmal in der nächsten Runde. So, und du kommst auch nochmal hier hin. So, es kommt noch nichts, was mir gefährlich werden könnte. Noch nicht. Ich denke erst, wenn ich die Tür aufmache, dass Trigger dann das neue Verstärkung kommt. Wenn ich mich richtig erinnere. So, Franz, du machst das Tor auf. Und ich kann nicht mehr gucken, dass du einen Langsperr... Aber du hast den Langsperr ausgerüstet. Sehr schön. Gut, dann... Ja, du auch mit dem Langsperr. Und du mit der Eisenlanze, genau. Und du stellst dich dahin mit deinem Wurfball. So, Franz ist noch in Stellung. Das ist gut. So, und dann müssen wir nochmal gucken hier. Mit meinen Schwertkämpfern kann ich hier herzlich wenig machen. Dann eher noch mit Vanessa und mit Ephraim. Mal gucken, was machen... Okay, Amelia bewegt sich auch. Uiuiui. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, die bewegt sich nur, wenn ich in ihre Reichweite komme. Da muss ich jetzt gucken hier. Da muss ich da mal gucken. Also, da werde ich da mal vielleicht gucken, dass ich den guten Franz jetzt erstmal nicht bewege. Hmm. Das gefällt mir etwas weniger, muss ich gestehen, dass die gute Amelia sich bewegt. Eieiei. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich würde fast sagen, ich werde überhaupt nicht angreifen. Eieiei. Eieiei. Das gefällt mir natürlich weniger. Hmm. Hmm. Das habe ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Das habe ich ganz und gar nicht erwartet. Okay, und da kommt schon die erste Verstärkung. Das sind zwei Ritter. Oder Kavalleriere. Puh. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Oh, ich weiß nicht, ob Franz das alles aushalten wird. Den langen Bogentyp. Äh, zwei und zwei normale Bogentypen. Hmm, müssen wir mal gucken. Müssen wir echt mal gucken hier. So, auf jeden Fall, du darfst erstmal das, darfst erstmal Arrivederci sagen. Ich habe schon so eine Idee, wie ich das machen werde. Ich habe schon so eine kleine Idee. So, du kümmerst dich dann um den Freund. Ja. Du kümmerst dich um den Freund, Ross. Boah, also ich muss jetzt ganz schön aufs Ganze gehen. Das muss ich sagen. Ich muss jetzt ganz schön aufs Ganze gehen. Da bleibt mir jetzt nichts mehr viel übrig. Jetzt muss ich aufs Ganze gehen. Würde ich fast schon sagen. So, äh, du kannst ja mal den mit dem Langsperr killen. Genau. Sogar einen Gritty Kill, der absolut unnötig war. Aber gut, Kyle. Tu dir auch keinen Zwang an. Aber mal einen absolut unnötigen Grill. So, du kannst dich doch bestimmt um... Ja, sehr schön. Dann machst du den weg. Wobei ich auch noch gucken muss, wie ich das mit dem Freund da mache. Ihr Begleitschutz. Okay, das würde klappen. Wie sieht es mit dem Magier aus? Der hat eine Magie von 4. Also einen Angriff von 9. Und sie hat eine Resistenz von 4. Okay, da würde ich noch 5 Schaden kriegen. Der Bogenschütze, der dann auch noch angreifen könnte. Der hat einen Angriff von 11. Und sie hat eine Verteidigung von 6. Okay, da würde er auch noch 5 Schaden machen. Okay, da habe ich keine Angst vor. Und sonst ist hier erstmal nichts, ne? Ne, der Magier kommt da so auch nicht hin. Und der Bogenschütze auch nicht. Okay, dann würde ich noch sagen, wir greifen mit Naimi den Freund an. Und eliminieren den Freund ebenfalls. Waffenlevel erhöht, auch nicht schlecht. Oh, ich muss gestehen, ich habe eine leichte Sorge hier bei der ganzen Aktion. Muss ich ganz ehrlich gestehen hier. Ich habe eine leichte Panik. Weil es könnte eventuell sein, dass ich die gute... Ich könnte sie auch retten. Das werde ich vielleicht sogar machen mit Efrahim. Werde ich vielleicht sogar machen, glaube ich. Moment mal, wir sind so. Dann habe ich aber nur noch ein Feld. Ne, das wird auch nicht viel bringen. Du stellst dich auf jeden Fall nochmal... Oh, unterstützen? Okay, bitteschön. Puh. Was machst du denn? Oh, komm, ich habe nur meinen Bogen neu bespannt. Achso, das kennen wir ja schon, das Gespräch. Ich muss jetzt auch nicht alles doppelt machen. Die haben wir auch schon gesehen. Im letzten Part habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir hatten ja eine kleine Szene gehabt noch mit Grado. Die wir ja schon eigentlich mit Eirika gesehen haben. Aber es wurde ein bisschen erweitert bei Efrahim's Route. Das wird so das eine oder andere mal sein, dass die Zwischensequenzen ein bisschen noch unterschiedlich sind. Auch später noch. Aber, naja, nur damit sie Bescheid wissen. So, reden. Talken. Du bist ein Mädchen. Ach, mach dich nicht über mich lustig. Ich bin ein Soldat von Grado. Sei gewappnet, frelianischer Hund. Warte einen Moment. Ähm. Oh. Bist du in Ordnung? Es überrascht mich nicht, dass du aus dieser Stellung heraus umgekippt bist. Kannst du aufstehen? Schnauze. Ist dein Knie verletzt? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ist mir als Rekrut auch oft genug selbst passiert. Um ehrlich zu sein, es geschieht noch immer öfter, als es geschehen sollte. Hm. Ich bin Franz. Ich bin ein Ritter von René. Wie lautet dein Name? Ich bin Amelia. Amelia. Denkst du, ich könnte dich bitten, dich zu ergeben? Es mag dir eigenartig erscheinen. Aber ich verspüre wirklich kein Verlangen, gegen dich zu kämpfen. Hm. Auch ich habe das Gefühl, dass dir auch nicht viel am Kampf liegt. Habe ich recht? Ich. Aber. Ich hörte, Prinz Efrain nimmt weibliche Gefangene und benutzt sie als Palastsklavinnen und nimmt sie aus und so weiter. Wenn ich mich ergebe, wird man mich dann auch zwingen, im Palast zu arbeiten? Nein, sei nicht dumm. Prinz Efrain würde so etwas niemals tun. Glaube ich. Du glaubst? Nein, er würde es nicht tun. Natürlich nicht. Dafür bürge ich mit meiner Ehre. Nun, du scheinst mir aufrichtig zu sein. Ich vertraue dir, Franz. Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. So. Äh, nee. Du bleibst da, Franz. Ähm. Ja, und dann werde ich sie retten. Warte mal. Ich kann sie doch retten, ne? Äh, muss ich mal kurz gucken. Beeinflusst Rettung. Okay. Also, sechs. Und du hast sieben. Okay. Das würde klappen, ne? Äh, beeinflusst Rettungen. Nee, nee. Konstitution. Okay. Konstitution. Genau. Das ist so komisch hier. Diese Werte hier. Manchmal, die man gar nicht kennt. Aber wie gesagt, ich will sie retten. Muss ich natürlich noch auch aufpassen hier. Das könnte natürlich auch mein Verderben werden. Je nachdem. Aber okay. Ja, das tue ich definitiv nicht. Das ist nämlich ihr Tod. Genauso wahrscheinlich wie bei dem Langspeltyp. Deswegen lasse ich das. Tue ich das nicht. So. Oh, wie schön, dass wir wieder eingeengt. Wir sind hier schon wieder eingeengt. Und was ist das schön? Okay. Die Magier kommen. Okay. Du greifst ihn an. Okay. Das ist in Ordnung. Also vor den Bogenschützen habe ich keine Angst. Eher sind es die Magier, die mir da ein bisschen mehr Sorge bereiten. Okay. Level up für Franz. Das ist schön. Okay. Das finde ich sehr in Ordnung. Das wollte ich sogar erreichen, tatsächlich, dass er auf Kolben geht. Der Langbogentyp. Okay. Der nächste Bogenschütze, der sich sein Ende bereitet. Franz ist on fire, würde ich mal sagen. Ja. Der gute Franz ist on fire. So. Äh. Vanessa. Wenn jetzt hier schon so viele Magier hier antanzen. Okay. Und noch kein Dieb hier in der Nähe. Ne. Auch noch kein Dieb hier in der Nähe. Oh, wie viele jetzt von den Reitern hier noch ankommen hier. Aber das ist ein schöner Erfahrungspunkt jetzt, die wir kriegen. So. Das ist doch der... Ach, du doppelst den ja gar nicht. Das finde ich schade. Das finde ich schade, Vanessa. Das finde ich wirklich... Muss ich gestehen, schade. Dass du den nicht doppelst. Ähm. So. Wie gesagt, ich werde Armelia hier nicht nutzen. Die werde ich eher in der Alvika-Route nutzen hier. Deswegen. Ja, dann killst du den, Freund, von mir. Aus. Also, das gefällt mir jetzt eher weniger, Vanessa, muss ich gestehen. Das gefällt mir eher weniger. So. Dann würde ich sagen, ich mache mal den Langbogentypen auch weg. Ja. Der Langbogentypen. Ähm. Sogar mit einem Critical. Alles klar. Finde ich... Nein, Schütze! Schütze! Ich habe das Feuerjuwel jetzt auch weggeschüttet. Oh. Ist mir jetzt auch dann aufgefallen. Ah. Naja, egal. Egal. Wie gesagt. Äh. Es muss ja nicht ganz 100 pro perfekt sein, würde ich mal so sagen. Ja, komm. Dann ist das halt so. Dann, äh. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ist jetzt so. Ist jetzt so. Passiert. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Meine Güte. Ich werde nicht sterben, wenn ich jetzt nicht dieses, ähm. Dieses, äh. Dieses, äh. Feuerjuwel habe. Jetzt mal ganz ohne Witz hier. Ich werde schon nicht sterben. Nur weil ich nicht dieses Feuerjuwel habe. Naja, ich werde schon nicht sterben. Ist mir nur dann erst aufgefallen. Ich wollte das doch ihm klauen, ne? Naja. Ist auch nicht so schlimm. Ist nicht schlimm. Kann man nichts dran machen. Ähm. Ist nicht so weiter tragisch. So, Vanessa. Du bist da perfekt dabei. Das ist gut. Und ich denke mal, Gilliam halte ich bereit gleich für die anderen Freunde da. Irgendwann wollte ich doch noch heilen, ne? Dich. Ja. Dann heile ich mal dich, Kolm. Ja. Das ist eine gute Idee, würde ich mal so sagen. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Ja, wir haben noch ein bisschen. Waffenlevel erhöht. Auch schon Level, Level A. Aber gut, wir hatten ja einiges hier gesehen hier. Deswegen. Wie gesagt, mein Hauptaugenmerk lege ich bald auf die Irica-Route. Und deswegen ganz perfekt muss es hier nicht sein. Okay. Du willst dich selber oben bringen. Alles klar. Boah, jetzt schon eine 13-Kritt-Rate. Aber gut, liegt natürlich auch durch den Support mit Kolm. Das unterstützt es ja nochmal ordentlich. Die Krit-Rate und so die Werte. Okay. Und die Freunde kommen hin. Alles klar. So. Vanessa. Das gefällt mir nicht, dass du die nicht kritest, die Freunde. Boah. Ei, ei, ei. Will ich das, will ich das wagen? Ja, komm, Gilliam. Ich hoffe, er kritzelt jetzt nicht. Okay, er kritzelt nicht. Okay. Die 8 Schaden sind es mir wert, dass Vanessa ihren Level abbekommt. Hoffe ich mal. Äh, ne. Und da stelle ich wieder Kyle hin, würde ich sagen. Weil der hat ja doch ein bisschen bessere Verteidigung. Äh, was haben die Freunde eigentlich hier? Eisenlanze und Langsperr. Okay, dann wird es ja wohl der Langsperr sein. Ja, dann darfst du mit dem Langsperr ausgerüstet sein. Alles klar. So, Vanessa, wie gesagt, du wirst den Magier erledigen. Zum Glück, dass du auch getroffen hast. Das hätte mir nicht gefallen, wenn du ihn nicht getroffen hättest. Du hältst Truhenschlüssel. Ja, können wir bestimmt auch gebrauchen. So, wer dürfte denn sich um den Freund kümmern? Könnte doch F-Rei machen, ne? Wenn ich jetzt schon... Ach, ne, du hast ja gar keinen Langsperr mehr. Hehe. Äh, ja gut. Ähm. Dann würde ich sagen, darf das dann... Ja, dann macht das jetzt einfach aus. Dann machst du das jetzt einfach. Der komische Heilungstyp, da brauche ich ja sowieso keine Angst zu haben vor dem. Aber, naja. Waffenlevel erhöht. Ross geht auch schon ab, was seine Waffenlevel angeht. Ist auch schon B. Ist schon ziemlich krass, würde ich sagen. Ist schon ziemlich krass. Ja, ja. Kann man schon so sagen. Das ist ziemlich krass hier. Ja. Ja. Ja, also ich denke... Das sieht doch ganz gut aus hier. Ich denke, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ui. Ein Schaden. Da habe ich aber Angst vor. Da habe ich aber so richtige Angst davor. So, und du greifst auch Gilliam an. Wie sie alle auf Gilliam gehen. Oh, aber jetzt so ein Rittertod auch geil. Das wäre richtig so geil, die Waffe. Muss ich jetzt echt gestehen hier. So ein Rittertod wäre jetzt echt genial. Aber das habe ich leider nicht. Habe ich ja leider nicht. So. Äh, Vanessa, du machst... Ach, das reicht gar nicht. Ähm. Von Nymie ist auch schon so krass drauf. Dann, wie sieht es mit dir aus? Will ich den Schaden da kassieren? Eher ungerne. Ja, dann machst du das mal, den da weg. Aus dem Weg räumen. Und kriegst ein Level ab. Punkt genau. Das finde ich gut. Ja, auch ein Level ab, was man... Was man nehmen kann. Ich will nur mal kurz gucken hier. Ach, der kommt noch nicht hin. Okay. Aber ich habe irgendwie die Erinnerung, dass irgendwann auch ein Typ hier kommt. Aber irgendwie kommt der gar nicht. Das finde ich irgendwie komisch. Finde ich irgendwie sehr, sehr strange. Aber okay. Okay, so. Du kümmerst dich mal um... Äh, ja, um den. Habe keine Lust auf diesen, äh, Langspätyp. Habe ich keine Lust. Habe ich definitiv keine Lust drauf. So. Ähm. Stahllanzer. Ich will mal kurz gucken, ob ich den, äh, doppeln kann. Nein, kann ich nicht. Und ich mache unfassbar wenig Schaden. Das ist ein Panzersperr. Haha, interessant. Warum immer du ein Panzersperr hast. Mit der Eisenlanze. Das würde gehen. Dann mache ich ihm 14 Schaden. Hat er noch... Warte mal kurz. Wie viel hast du? Eisenlanze. 14. Dann hat er noch, ähm, 11. Schaffst du es, die 11 wegzumachen? Ähm, ja, mit der Stahllanzer, wenn es trifft. Okay, ich will mal gucken. Trifft das? Yes, okay. Dann krieg die gute, ähm, äh, ja, die gute, ähm, Vanessa hat doch noch den Kill. Wend mal, wie weit kommst du? Äh, zu weit. Kommst du meinen Geschmack auch zu weit? Ähm, du killst den, ne? Ja, du killst den leider. Du leider auch. Ah, kriege ich das jetzt nicht hin da irgendwie. Hm, 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 hm. Das gefällt mir weniger. Hm. Das gefällt mir definitiv weniger. Wobei, wie viel Schaden würdest du kriegen? Vier. Ja, komm. Der andere Ritter, der wird auch keinen Schaden machen. Da bin ich mir nicht ziemlich sicher. Der wird auch nicht viel Schaden machen. Höchstens eher der Schamane dann bei, ähm, dem anderen Freund, wenn er sich da noch dahin bewegt. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber wir werden es gucken. Wir werden es. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, äh, Joshua, du kommst auch natürlich mit hoch. Ja, ist ja ganz klar soweit. Ja, dann heizt du noch mal. Viel Hei müssen wir ja nicht. Ja, das lügt ja wie bestellt, kann man fast sagen. Das lügt ja wie bestellt. Ähm. Eieiei, da habe ich aber mal nicht aufgepasst. Eieiei. Eieiei. Das war aber mal ziemlich gefährlich, würde ich mal sagen. Eieiei, ich will, dass hier keiner von meinen hier stirbt. Da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich mal sogar keine Lust drauf. So, du gehst da hin mit Langsperr. So, und wer darf den dann killen? Ähm. Arthur. Arthur. Ja, du darfst den, den Freund killen. Ne, ich sagte, Arthur darf den Freund killen. Ja. Ich hoffe nur, wie gesagt, er trifft mit seinem Langsperr nicht. Aber wenn. Ah, sehr schön. Er hört natürlich auf das, was ich ihm sage. Sehr, sehr gut gemacht, Arthur. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und mit dem Level ab bin ich auch zufrieden. Boah, wie viel Fähigkeit hat er schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Fähigkeitswert von ihm. Naimis auch hoch. Franz auch. Also, Fähigkeit. Oh, Joshua. Eieiei, was war denn für... Ach ja, ich glaube, Fähigkeit war halt, wie gesagt, ähm, Höher hat Wahrscheinlichkeit Treffer und auch eine Wahrscheinlichkeit für einen Crit. Und Glück ist es so, dass man in einer Kritik ausweicht. Falls sie es nicht wussten. Nicht mehr wissen, was, was bedeutet. Nur nochmal als kleiner Reminder. Okay. Und du heilst die gute Amelia. Nur, wie gesagt, ich werde sie hier nicht nutzen. Also, in dieser Elfraim-Route. Gleiches gilt ja auch für eine andere Einheit, die wir hier noch bekommen werden. Aber das, wenn es dann soweit ist. Ach, das war der Luna-Typ. Eieiei. Ja. Der hat sogar eine Dreier-Kritt-Rate. Also, das ist krass. Aber, naja, gut. Vanessa hat einen guten Job gemacht bei dem. Das muss man sagen. So, und jetzt muss ich auch mal gucken, da wegen diesem Schlaftyp hier, der da ja auch schon wiederkommen könnte. So, was hast du? Du hast eine Eisenlanze. Und wie gesagt, irgendwann meine ich, das meine ich mich erinnern zu können, dass ich auch irgendwann mal ein Dieb aufkreuzt. Und da habe ich keine Lust vor. Eisenlanze. Ja, gut. Eisenlanze. Brauche ich doch keine Angst vor zu haben, eigentlich. Was ist denn da noch so hier? Die kommen bei allen noch nicht hin, ne? Ne, die kommen da noch nicht hin, ja. Okay, ja, 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 ja. Da brauche ich doch keine Angst vor zu haben hier, ja. Und wie gesagt, wenn er meint, ihn einzuschläfern, dann nutze ich halt Natascha wieder und, äh, ja. Bring ihn aus dem Land der Träume wieder raus. Ist doch ganz easy hier. Ist doch dann auch ganz easy. So, du kommst da hin. Du kommst auch nach vorne. Ja. Das könnten wir doch mal mit ihr machen. Aber ich muss mal gucken, wie weit kommst du? Okay, du kommst auch schon ziemlich weit. Da könnten wir auch vielleicht hier den Truhenschlüssel nutzen. Da muss ich noch nicht meinen Dietrich-Wörn nutzen. So kann man das natürlich sich auch einfach machen. Ah, ich mag sowas überhaupt nicht hier, wenn sich das so einengt ist. Bin ich nicht so wirklich gerade der Fan von, muss ich gestehen. Bin ich nicht gerade so der Fan von. Okay, natürlich wieder auf Kai. Sogar nur noch 13. Joa, ich glaube, das wird nicht treffen. Ja, okay. Aber ich sehe auch, wir müssen auch wieder den Part beenden. Ich habe es schon wieder zu länger gemacht, als ich wollte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Wenn wir das Kapitel wahrscheinlich abschließen. Bis dann und tschüss. Euer Jake.